Heute ist die Klampe drüber vorgekommen. Irgendwie kann ich nicht ganz folgen, Markus. Einmal, dass er schert. Jetzt zu viele Fälle, die wir kochen. Hier ist der Klampe. Ja! Ich habe keine Warte für dich. Jetzt kommt die Zeit. Ehe ist gut. Oh man geht das jetzt langsam ab. Was gibt es denn? Die Kühe. Schaut er das an? Ja, das ist ja. Seh ich. Heute ist das Tiergloch!